Und das Wetter hierzulande. Heute ist es nach Auflösung örtlicher Nebelfelder häufig sonnig und trocken. Nur vereinzelt hält sich Dauernebel wie zum Beispiel am Oberrhein und vom Bodenseegebiet bis ins Donautal. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 8 Grad, bei Nebel nur um minus 1 Grad. In der Nacht nimmt im Norden die Bewölkung zu, es bleibt aber meist trocken. In der Mitte und im Süden ist es anfangs häufig klar, später bildet sich gebietsweise Nebel. Die Tiefstemperaturen liegen zwischen 0 und minus 9 Grad. Morgen ist es in der Mitte und im Süden teils neblich trüb, sonst vielfach heiter. Nördlich der Mittelgebirge überwiegen die Wolken. Es bleibt aber größtenteils trocken, 1 bis 7 Grad. Deutschland Radio Kultur. Tonart. Am Mikrofon grüßt Euger Hochweiß zum Einstieg mit guten alten Bekannten.